Herzlich willkommen. Die Frage, ob die Unreal Engine kostenpflichtig wird jetzt in Zukunft, kommt jetzt auch bei mir an. Es gab ja hier nur zur Info von Tim Sweeney so ein paar Kommentare auf dem Unreal Fest, also auf der letzten Conference und da noch ein paar andere Sachen gemacht, aber es ging auch um das Pricing Model und so weiter. Und ja, da hat mich jetzt zum Beispiel auf Learn341 gefragt, stimmt es, dass die UE5 in 2024 kostenpflichtig wird und könntest du ein Video daraus machen? Ja, mache ich hier mit. Und das natürlich sehr gern, wie immer. Übrigens, wenn du eine weitere Frage hast, komm gerne auf Discord vorbei, hier einfach draufklicken. Das ist eine deutsche Unreal Engine Community, über 350 Leute, die sich gegenseitig helfen. Auch wenn du einfach mal ein bisschen darüber quatschen möchtest oder dein Projekt zeigen möchtest, bist du da, herzlich willkommen. Ja, klicken wir mal auf die nächste Seite. Wir kommen gleich auch noch hier zur Hauptseite, wo die ganzen Lizenzen abgebildet sind nochmal. Das ist hier der Game World Observer und hier steht natürlich, was er alles so gemacht hat außerdem, also noch ein bisschen anderen Kram. Aber das ist hier so das Wichtigste. Was ist jetzt hier wirklich los mit dem Pricing Model? Und hier steht es, also Entwarnung für Game Developer. Also wenn du ein Spiel machst, dann ist alles good to go für dich. Bleibt alles beim Alten. Das, was hier steht, das haben wir alle schon unterschrieben. 5 Prozent, wenn du eine Million machst und dann würde ich sagen, also zumindest für mich ist das dann auch okay. Klar, wenn du eine Firma hast, dann sieht man das nochmal anders. Aber wenn du so ein Indie Game Developer bist und eine Million machst, glaube ich, dann ist das schon okay, wenn vorher alles umsonst war. Das heißt, für dich wird sich auf gar keinen Fall irgendwas ändern, aber insgesamt gibt es schon eine Änderung in dem System. Denn alle, die nicht Game Developer sind und wo steht es hier, da Outside of Game Development, die kriegen jetzt so ein Per-Seed-Modell, so eine Arbeitsplatz-Lizenz. Und das gibt es ja auch schon überall und das vergleicht er dann mit Maya und Photoshop zum Beispiel, so ein Subscription-Ding halt. Und ja, so eine Enterprise-Lizenz gibt es jetzt auch schon, aber abgewandelt. Und deswegen wird die ganze Änderung jetzt durchgeführt, dazu kommen wir dann gleich noch. Du hast ja auch gesehen, es gibt jetzt schon The Mandalorian und so weiter und noch viel mehr wurde ja in der Unreal Engine schon gemacht. Also hier siehst du auch, auf die kommt es jetzt an quasi. Also es gab hier dieses Enterprise-Programm, das ist das, was wir hier haben, die Standard-Lizenz. Und in diesem Enterprise-Programm gibt es nur von Non-Game Professional Seeking Premium, so Private Training. Das ist okay, das ist nur, wenn du dann dieses private Training brauchst und so weiter. Dann greift das Ding hier, das gibt es also eigentlich schon, aber es ist halt nur so, dass es da um die Hilfe geht. Und die wollen halt damit Geld verdienen, weil es, ja, weil es halt so um sich geschlagen hat, nehme ich mal an. Und ich denke mal, dass alle, die jetzt quasi außerhalb vom Game-Development-Bereich da ihre Kohle machen, dann wollen die halt ein bisschen was zurückhaben, was ich persönlich auch absolut in Ordnung finde. Wahrscheinlich werden die das hier irgendwie einbauen oder das hier ändern. Aber nur nochmal, also damit das völlig klar ist, ich habe das so verstanden, dass sich hier gar nichts ändert. Und hier ist es auch geschrieben. Ja, viel mehr kann man dazu jetzt gar nicht sagen. Moment, weil er hat noch nicht wirklich gesagt, was sich ändert. Ich denke, für uns alle ist einfach nur wichtig, so, wenn du ein Game machst, wie sieht es aus? 2.24 gerade jetzt im Hintergrund vor den ganzen anderen Price-Changes, ja, Denglisch, Preisänderungen dann in anderen Engines und so, haben wir ja auch alles gehört, der ganze Shitstorm, der da losgebrochen ist. Aber für Unreal Engine Game Developer ist alles good to go, bleibt alles so. Und für alle anderen, wenn du einen Film machst oder so, wird er demnächst sich nochmal äußern, wie das Ganze aussieht. Grundsätzlich hat er schon mal vorweg gesagt, das stand hier auch noch irgendwo, Moment. Hier, also es wird nicht übermäßig teuer, es wird aber auch nicht unfassbar billig werden, also was ganz Normales. Ich denke mal, das wird sich irgendwo hier in dem Bereich ansiedeln und das kennen wir ja alle schon. Von daher, wenn du da jetzt einen Film machst oder so, muss man da jetzt auch keine große Angst haben. Aber wir wissen es noch nicht, das wird auf jeden Fall noch kommen. Ja, und wenn du schon mal hier bist, dann nimm auch gleich die Free for the Month Assets im Marketplace mit. Die sind alle jetzt 100% off. Immer am ersten Dienstag im Monat wird die Collection hier ausgetauscht. Gibt es 5 Asset Packs, Projekte, Plugins und so weiter. Das kann alles sein. Einmal kaufen, gehört für immer dir, kannst du auch in deinem Game verwenden. Dazu mache ich jeden ersten Dienstag im Monat natürlich auch ein Video, das habe ich da schon oben rechts verlinkt. Schau es dir gerne an, da gehe ich einmal über alles drüber. Wenn das jetzt ein bisschen zu spät für dich ist und du vielleicht schon im nächsten Video, im nächsten Monat am Start bist, abonniere gerne meinen Kanal. Da findest du auf jeden Fall jeden Monat so ein Video zu den Free Assets und natürlich News, Tutorials und 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 und. Und natürlich bist du herzlich willkommen in der deutschen Unreal Engine Community. Wenn du mich und meine Arbeit supporten möchtest, kannst du das bei Patreon tun. News ist auch klar, Instagram. Vielen Dank für ab, falls dich dafür entscheidest und wir sehen uns im nächsten Video. Unreal Engineer, out. Vielen Dank.